Viele fragen sich, was ist der entscheidende Schlag im modernen Tisch in den Sport? Ich würde sagen, das ist mehr und mehr der Gegenspin. Und Gegenspin heißt auf Englisch Counterspin. Dafür steht auch das C bei dieser Neuheit hier im Belagsegment von Andro. Bisher bekannt schon der grüne Rasanta-Schwamm, Energy Cell. Und nun auch mit einer extrem griffigen Oberfläche, die es ermöglicht, wirklich jeden Ball gegenzuziehen und eben diesen Counterspin perfekt einzusetzen im Spiel. Den Rasanta Counterspin gibt es in zwei Härtegraden, in C53 und C48. Und Leute, ich würde euch empfehlen, fangt mit dem C48 an. Der ist ein bisschen softer, tastet euch langsam vor, denn da kommt richtig was raus.